Und willkommen zurück zu Let's Play Minecraft. Letzte Folge haben wir einiges geschafft. Ich bin gerade zuerst und belegen, was haben wir eigentlich geschafft hier. Ähm, ja. Stimmt, wir hatten schwarze Schafe gerot. Endlich mal. Wo kommst du her? Ja, wo kommst du denn her? Ja, wo kommst du denn her? Bisschenfalls Geschichte. Ja, bevor wir uns jetzt hier im Hausbau widmen, wird es so sein. Wir werden erstmal eine große Wollpumpe zu einem Schwarz vornehmen. Dann muss ich allerdings erstmal ein bisschen Weizen haben. Denn, ja. Ohne Weizen kann ich schon nicht vermehren. Alter, das ist halt verkehrt. So, worauf steht die Samen? Die Samen. Und, ja. Boah, mal gucken, was wir dann jetzt machen. Ich weiß ja nicht selbst, ob ich gerade wirklich. So. Boah, du scheiß Schaf, komm hier rüber. Boah, du scheiß Schaf, komm hier rüber. Aber du weißt doch, ob du durfst nicht, dass ich jetzt nicht schmackeln kann. Oh, wieder 3.5. So Aus Wir können es nicht machen Der Fete da geht jetzt gerade Da sind wir auch gerade der Fisch Zack, zack, zack Verkehr Achtung Zack 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 Fahrern falsch Aber ich ja So 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 Verdammt Naja Es wird Nacht Ich glaube So Wir werden uns das nochmal auf dem Weg nach unten machen Um uns noch mal ein bisschen nach Diamanten umzuschauen Aber wir werden ja mal ein bisschen Packer machen auf So Weil Weil Das ist nicht so richtig gut zu finden Das würde ich ja machen können So Schaufel habe ich, Werte habe ich, Extra habe ich Platz habe ich auch Werte Und Das Fleisch wird jetzt schlecht Oh Das Fleisch, mein Alter Das Fleisch Weg Weg Männlich End Ade Schöne Welt So So Äh Pa 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 Na Dann habe ich doch hier hoch Lava sinkt glaube ich na ja jetzt gehen wir mal in die andere Richtung dann bin ich noch hier so können natürlich wieder jede Menge Cobblestone aber müssen damit leben schön ist hier schon mal keine Lava weil auf der einen Seite gut auf der anderen Seite schlecht ist auf der einen Seite ist es gut denn die Lava kann nicht um uns runter können uns nichts anhaben auf der einen Seite ist es schlecht wo die Lava ist ist meist auch nochmals auf Diamanten von daher naja Kolo auch noch mit hier einmal so ein Diamantada wie die Kohle ha ha let me have a go Soooo Wo haben wir noch Eisen? Eisen 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 Jetzt sage ich ihnen bestimmt nicht nein zu Kohle Erstmal Wird da vielleicht irgendwas Schau doch auf Redstone nochmal mit Weiß ich wofür man dazu verbrennen kann So Aachja Wo ist da Blubon? Naja Ich dachte ich hätte Blubon gehört hier Ja ja So Ob ich eure Blubon Das heißt wir werden ein bisschen Abstand halten hier Ich würde auch einfach so ein Laberding anbohren Das sind keine Diamanten aber Etwas Zwar nicht schon viel aber Besser wie gar nichts Als hier mit leeren Händen da zu stehen Ich würde uns gut aufpassen Ich hatte auch noch mal von hinten und kommt und uns in die Lava schießt Da habe ich keine Lust drauf Aber das war die erste Pickaxe weg So 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 Oh my god So 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 jetzt kann es aber vorbei wurscht da auch noch ein paar diamantus zu finden schlecht lieber So, zack, zack. So. Eine Witzker. Ich würde sagen, wir haben hier einen schönen Spalt gefunden. So. Dass hier keine Monster sind, habe ich überhaupt... Schwierigkeiten, nochmal. Aber hier draußen ist jetzt Nacht, die meisten Zombies draußen, äh, Monster draußen. So. Ja, mal gucken. Hier ist aber nix jetzt. Diamanten. Finde ich auch nicht so schön. So. Geh zurück. So, Fred Stone, lass mal was links liegen. So. So. Ere Witzker. So. 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 Diamant. Diamant. Piasa. So. 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 Zack. So. 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 dann würde ich einfach mal sagen hatte dann für spieler für diese folge ein bisschen kürzer und ja wenn wir nächste folge weiter wo die einfach auf diamanten stoßen werden ich hoffe zumindest da hat man schon mal eine dia rüstung da werde ich schon mal sehr glücklich schmett aber dann ist ordentlich toni mit diamanten drin und ja das wird natürlich auch schon mal hier noch die mann finden würden drum werden mal jetzt einfach mal ein bisschen weiter buddeln hier ist es weiter zurück machen und offen dann kommt man auf die mann wir sind ja für 11 immer noch ja wunderbar ja okay da würde ich sagen wenn wir nächste folge weitermachen oder sagen bis zum nächsten mal